Japan ist das Land der verrückten Dinge, so könnte man sagen und deswegen habe ich für dieses Video mal elf Dinge herausgesucht, die es vielleicht nur in Japan gibt. Vielleicht findet man die aber auch noch irgendwo sonst wo auf der Welt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Fangen wir an mit Kapselhotels. Ja, von denen gibt es eine Menge, vor allem in den größeren Städten Osaka, Nagoya, Tokio. Und das sind wirklich Hotels, in denen man in so einer Art Kapsel schlafen kann. Also da ist dann nicht wirklich mehr als ein Bett und teilweise ist das wirklich auch so wie in Kapseln aufgereiht und da geht man dann eben rein zum Schlafen. Ist natürlich jetzt nichts Besonderes, ist im Grunde auch nur für eine Nacht. Wird oft von Businessleuten verwendet, die dann irgendwie noch bis spätabends gearbeitet haben, auf Geschäftsreise sind und eben einfach nur was zum Schlafen haben möchten. Manchmal gibt es da noch ein Bad dran, kann man also noch kurz ins Bad gehen. Das ist natürlich dann auch ganz nett, so ein kleines Onsen oder so. Also klein, fein, praktisch, könnte man sagen und ja genau für den Zweck gedacht, den sie dann am Ende auch erfüllen. Habt ihr schon mal in so einem Kapselhotel übernachtet? Bleiben wir auch gleich bei Hotels und zwar Love Hotels. Love Hotels sind Liebe Hotels, so könnte man sagen und die werden von den verschiedensten Schichten hier in Japan verwendet. Also zum Beispiel bei Studenten, wenn die abends noch was trinken gehen und so und dann bahnt sich da was an, dann sagt man, oh ja, vielleicht gehen wir mal kurz nochmal ins Hotel. Oder aber auch bei Paaren, die jetzt nicht alleine leben, die keinen Ort haben, wo sie mal ihre Zweisamkeit so richtig genießen können. Die sagen dann am Wochenende oder abends vielleicht, oh ja, lass mal mal machen. Aber auch Businessleute, die vielleicht auch fremd gehen oder sonst irgendwas, die verwenden diese Hotels auch. Und da gibt es in Japan wirklich die verschiedensten Themen Love Hotels, so könnte man sagen, mit den wildesten Dingen. Also wirklich Schokoladenparadies, Ariel, die Meriemfrau, Muschelbett und ich weiß es nicht. Es ist wirklich wild und in der Ausprägung ist es schon sehr spezifisch für Japan, würde ich sagen. Dann eine Sache, von der ihr vielleicht noch nicht gehört habt und zwar kostenlose Taschentücher auf den Straßen in Japan. Vor allem in Gegenden von größeren Bahnhöfen findet man immer wieder Japaner, die verteilen so kleine Taschentücher. Und die bekommt man dann einfach kostenlos. Da ist meistens irgendwie ein bisschen Werbung drin oder so, aber es ist eigentlich ganz nett. Du gehst einfach durch die Stadt und bekommst die ganze Zeit kostenlose Taschentücher, sodass du eigentlich keine kaufen musst. Und du hast für unterwegs was, um mal was weg zu wischen, dir die Nase zu putzen oder sonst irgendwas. Also ich finde es ganz nett und das trifft man hier in Japan, zumindest in den Städten auch wirklich sehr, sehr oft an. Natürlich in den ländlicheren Regionen eher nicht. Kotatsu, habt ihr davon schon mal gehört? Jetzt gerade im Winter sind das wirklich die besten Tische, die es gibt. Im Grunde ist es einfach ein Tisch mit einem Heizstab unten dran und einer Decke zwischen Tischplatte und nochmal Tischgestell. Ja und was passiert, wenn man den Heizstrahl anmacht? Es wird natürlich schön warm unter dem Tisch und dann unter der Decke, die dazwischen ist. Sodass man also abends beim Fernsehgucken seine Beine schön erwärmen kann und es ist einfach total gemütlich. Das benutzen die Japaner hier total oft, weil so eine Zentralheizung, wie man das vielleicht aus Deutschland kennt, nicht wirklich der Standard ist. Das heißt, um einen herum im Zimmer ist es in der Regel relativ kalt und dann braucht man natürlich was, um sich aufzuwärmen. Da gibt es dann so Chanchanko-Jacken heißen die und dann setzt man sich eben unter Skotatsu mit einer Mandarine oder so einem heißen Tee und kann dann lesen, Fernsehschauen, was auch immer. Und das ist einfach nur super gemütlich. Japan hat wirklich für alles ein Maskottchen. Jetzt sagt ihr, ja in Deutschland gibt es auch Maskottchen. Ja gibt es auch, aber die Anzahl der Maskottchen in Japan, es gibt für wirklich, auf ganz gut Deutsch gesagt, für jeden Scheiß ein Maskottchen. Um euch mal ein paar Beispiele zu geben. Es gibt zum Beispiel den Passporto-Kun. Das ist dann das Maskottchen des Reisepasses. Oder den Shikamaro-Kun. Das ist das Maskottchen von Nara oder aber auch Hiko-Nyan. Das ist das Maskottchen der Burg von Hikone in der Präfektur Shiga. Also es gibt wirklich für alles ein Maskottchen. Und deswegen sieht man auch überall immer wieder diese niedlichen Anime angehauchten Figuren und so. Das sind in der Regel dann Maskottchen. Jede Stadt hat gefühlt einen Maskottchen. Jeder Bezirk vielleicht schon übertriebenerweise gesagt. Also achtet da mal in Japan drauf. Ist ziemlich interessant. All-You-Can-Eat-Essen aus Deutschland kennt man vielleicht vor allem aus so chinesischen Restaurants. Da habe ich das zumindest in Düsseldorf auch öfter mal angetroffen. In Japan gibt es natürlich auch All-You-Can-Eat. Aber nicht nur das. Es gibt auch All-You-Can-Drink. Und das ist was, was Deutsche in Japan auch immer ganz besonders toll finden. Weil man für relativ wenig Geld irgendwie so, weiß ich nicht, zwischen 15 bis 20 Euro schon wirklich eine ganz gute All-You-Can-Drink-Option bekommt. Und dann einfach so viel Bier, Alkohol, Highball, was auch immer trinken kann, bis man umfällt oder bis die Zeit abgelaufen ist. Denn meistens gibt es da so Zeitbegrenzungen. Irgendwie zwei, drei Stunden. Je nachdem, was man da genau wählt. Also All-You-Can-Drink gibt es hier auch. In der Regel wahrscheinlich, weil die Japaner nicht ganz so viel vertragen. Da lohnt sich das dann für die Leute hier. Aber das ist was, was man total oft sieht. Und zumindest All-You-Can-Eat haben wir auch schon sehr oft gemacht. Taxifahren macht man in der Regel ja auch immer mal wieder. Und das Besondere bei japanischen Taxis ist, dass die Tür von alleine aufgeht. Das heißt, man geht zum Taxi hin. Ich bin heute erst wieder Taxi gefahren. Und der Fahrer sieht schon, ah, da kommt ein Kunde und macht automatisch die Tür auf. Nicht, dass er rausgeht und er macht die manuell auf. Sondern es gibt im Auto einen Knopf. Und dann, zack, geht die Tür einfach alleine auf. Und sie geht auch alleine wieder zu. Man setzt sich dann rein und er sagt, jo, ich mache im Übrigen jetzt die Tür wieder zu. Und zack, geht die Tür zu. Und schon kann man losfahren. Außerdem, die Taxis von innen auch immer wirklich richtig gut gestaltet. Man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt im Wagen mit Chauffeur. Was ja auch irgendwie so ist mit einem Taxi. Also auch von innen immer richtig gut ausgestattet. Einfach richtig schön, da fährt man gerne mit. Dass es Onsen, also heiße Quellen in Japan gibt, da habt ihr wahrscheinlich schon von gehört. Die Japaner lieben Baden. Das tägliche, abendliche Bad ist ja auch relativ bekannt in Japan. Aber nicht nur das, sondern es gibt auch Fußbäder. Und diese Fußbäder gibt es oft auch in der Nähe von Onsen. Zum Beispiel im Arima Onsen, da gibt es auch immer ein nettes Fußbad. Aber manchmal findet man solche kleinen Fußbäder auch auf dem Land. Also ich habe das in Nara schon öfter mal angetroffen, dass man da einfach dann spazieren geht. Und du hast dann ein Fußbad. Und da trifft sich dann meistens die lokalen älteren Leute. Die treffen sich dann dort und reden da ein bisschen, gehen ihre Füße baden. Und das ist eigentlich auch ziemlich geil. Also kostenlose Fußbäder findet man immer mal wieder in Japan. Die Schaufenster von Restaurants sind voll mit Essen. Beziehungsweise Modellessen. Und das ist was, was ich richtig gut finde. Denn wenn man in Deutschland ein Restaurant sucht, man guckt auf die Speisekarte, bevor man reingeht vielleicht. Aber man kann sich vielleicht nicht immer so 100% etwas darunter vorstellen, wie es am Ende aussieht. Und das vor allem auch als Tourist dann. In Japan ist es so, nicht in allen Restaurants, aber in wirklich vielen Restaurants hat man im Schaufenster all die Gerichte, die verkauft werden, die angeboten werden, ja in der Form von einem Modellessen da stehen. Das ist dann irgendwie aus Plastik oder was auch immer. Und es wird in der Regel auch genau so hinterher serviert, wie es in diesem Schaufenster drin steht. Und das ist das Tolle. Selbst wenn man keine Ahnung hat von Japanisch, man zeigt im Notfall einfach auf das Gericht, was man haben will. Was man im Schaufenster gesehen hat. Und das finde ich persönlich auch ziemlich gut. Aber ist natürlich was, was man in Deutschland so überhaupt nicht sieht. Jetzt kommen wir zu etwas Strangem, etwas Verrücktem, wie ich finde. Und zwar pyramidenförmige Wassermelonen oder auch quadratförmige Wassermelonen. Oder generell einfach super teures Obst. Also Obst ist generell auch relativ teuer in Japan im Vergleich zu Deutschland jetzt zum Beispiel. Dafür ist es aber auch immer wirklich on top. Es schmeckt unglaublich gut. Also so könnte man sagen, vielleicht lohnt sich der Preis auch wieder. Aber dann gibt es diese Obstgeschichten oder Gemüsegeschichten, die einfach zu teuer sind. Wie pyramidenförmige Melonen, die mehrere hundert Euro kosten. Und ich habe irgendwann gedacht, wer kauft sowas? Bis ich mal in der Nachbarschaft an einem Haus vorbeigegangen bin, wo einer diese pyramidenförmige Wassermelone einfach vor seiner Tür stehen hatte. Und ich denke mal, warum stellt er die da hin, wenn die geklaut wird? Die ist ja richtig was wert. Aber da steht einfach diese pyramidenförmige Wassermelone. Ich glaube, die steht heute noch da, aber langsam müsste die nicht mal schlecht sein. Es gibt sowas in Japan. Verrückte Obstsorten, verrückte Formen von Obst, verrückte Dinge für hunderte von Euro. Und irgendjemand scheint eh auch zu kaufen. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt der verrückten Sachen in Japan. Und das sind die Mate Cafés. Was ist ein Mate Café? Vielleicht kennt ihr Mates. Das sind so junge Mädchen in der Regel, die so ein bisschen mate-mäßig angezogen sind. Und da gibt es dann Cafés, wo nur die sind. Meistens in den bisschen Anime-Game-Manga-Vierteln. Akihabara oder Denden Town in Osaka wäre das dann. Und ich war auch mal, ich war zweimal in so einem Café, aber seitdem auch nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es nichts. Man sitzt da gefühlt, ja, es ist nur mein persönlicher Eindruck mit, weiß ich nicht, 40, 50-jährigen Männern, die irgendwie alleinstehend sind und irgendwie noch nie wahrscheinlich Kontakt zu einer Frau hatten. Also so sieht es zumindest aus, übertrieben gesagt. Und das Essen war auch nicht wirklich geil, was ich da hatte. Und dann hast du da diese Mates, die irgendwie so, moi, moi, kiung, so mit dir irgendwelche Spiele da machen, ja. Und es war mir einfach mega peinlich. Es war mega unangenehm. Aber ich wollte es mal ausprobieren, weil es halt irgendwie, ne, in Japan gibt es die Mate Cafés, wird immer gesagt. Und da wollte ich es mal ausprobieren. Also das ist was, was ich wirklich auch komplett verrückt finde irgendwie. Und, ja, wo ich mich heute noch frage, Junge, Mann, was ist da los? Ich meine, wenn es Leute gibt, die das machen wollen, auf Seite der Frauen und Mädchen. Und wenn es Leute gibt, die da hingehen wollen, dann ist es natürlich okay. Aber das ist für mich auch schon ein wenig strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren jetzt mal elf Dinge. So, verrückte Dinge, es gibt natürlich noch mehr. Vielleicht ist das ein oder andere für euch auch gar nicht so verrückt. Ich finde es schon ein bisschen verrückt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht, was ihr für verrückte Dinge in Japan erlebt habt. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ob ihr die Dinge, die ich hier aufgelistet habe, selbst schon mal gemacht habt. Oder ob euch die schon mal begegnet sind. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Unterstützung immer. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Dann gibt es Rabattlinks zu meinen japanisch-Online-Kursen. Es gibt einen Link zu meiner Ko-Fi-Seite, über die ihr in den Abspann dieser Videos hier gelangen könnt. Und außerdem natürlich einen Link zu meinem Buch, falls ihr euch für japanische Mythologie interessiert. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.